Mein Fachgebiet ist ja die Digitalisierung selbst, konkret die Digitalisierung im Bildungsbereich. Aus dieser Metaperspektive heraus beschäftige ich mich mit digitaler Bildung einerseits im Sinne eines Lernens über Digitalisierung und der damit verbundenen Veränderungen und andererseits im Sinne der Nutzung von digitaler Technologie für das Lernen und Lernen. Die Digitalisierung bringt einige Herausforderungen mit sich, da in sehr vielen Anwendungsbereichen oft eine starke technologische Grundlage vorhanden ist, aber andere Perspektiven wie zum Beispiel eine ethische oder rechtliche Sicht darauf fehlen. Ich bin daher dafür, dass man die Digitalisierung aus einer konstruktiv-kritischen Perspektive in den Blick nimmt, um die Potenziale achtsam und aus einer menschenzentrierten Sicht heraus realisieren zu können. Ich gebe einen Einblick in den Begriff des Computational Thinkings und diskutiere die Bedeutung dieses Konzepts für die digitale Bildung. Daraus ergibt sich auch die Frage, welche Rollen Algorithmen in unseren digitalen Umgebungen und Lebenswelten spielen. Und im letzten Schritt stellt sich die Frage, wie kann ich als Studierender selbst für mich Konzepte des Computational Thinkings nutzbar machen.